na kennst du auch genau dieses problem bei deinem renault dann melde dich bei mir und dieses problem hat hier bald ein ende chiptuning for you ja hier nochmal eine cockpit ansicht von diesen renault master bauer 11 20 der mit abgaslampe zu mir kam so sieht es dann aus haben wir ihn gestartet und ich würde sagen erfolgreich repariert und in diesem sinne weiter eine gute fahrt